In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie als Admin in Empower Version 9.2 eine Master-Vorlage speichern können und welche Einstellungen getroffen werden sollten. So garantieren Sie Corporate Design-konforme Präsentationen in Ihrem Unternehmen. Um eine Master-Vorlage abzuspeichern, können Sie Ihren aktuellen Master zuerst einmal in der geöffneten Präsentation öffnen. Dazu navigieren Sie im Empower Ribbon in der Gruppe Start zum Button Neu. Navigieren Sie nun zum Speicherort des Masters, den Sie bearbeiten und abspeichern wollen und öffnen Sie diesen. Daraufhin öffnet sich der Master in einer neuen Präsentation. Danach navigieren Sie zum PowerPoint-Ribbon-Ansicht und klicken in der Gruppe Master-Ansichten auf den Button Folienmaster. Daraufhin öffnet sich die Folienmaster-Ansicht, in der Sie den aktuellen Master bearbeiten können. Weitere Informationen dazu finden Sie im Help Center oder auf YouTube. Wenn Sie den Master wie gewünscht erstellt bzw. bearbeitet haben, können Sie die Folienmaster-Ansicht wieder schließen. Um die Master-Vorlage abzuspeichern, klicken Sie im Empower Ribbon in der Gruppe Start auf den Pfeil unter dem Button Bibliothek, um das Dropdown-Menü zu öffnen und klicken dort auf Speichern. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Master und dann Speichern unter auswählen. Hier können Sie dann im neuen Fenster den Speicherort auswählen und den überarbeiteten bzw. neuen Master entweder als neuen Master abspeichern oder den alten überschreiben und somit aktualisieren. Beim Speichern eines Elements, das bereits in der Empower Bibliothek und Teil eines Update-Verbunds ist, können Sie auch das Update-Verhalten über den Toggle-Button definieren. Wenn Sie das abspeichern, dann mit einem Klick auf den Button Speichern bzw. Überschreiben bestätigen, öffnet sich das Fenster für die Master-Informationen mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten für Ihre Master-Vorlage. Zunächst können Sie auswählen, welches Layout automatisch gewählt werden soll, wenn für eine Folie im Master kein passendes Layout gefunden wird. Dies kommt zum Beispiel vor, wenn eine PowerPoint-Präsentation, die mit einem alten PowerPoint-Master vor Einführung von Empower erstellt wurde, nun mit dem Feature Konvertieren auf den neuen Master migriert bzw. überführt werden soll. Wenn der Algorithmus oder das Feature Layout-Mapping kein passendes Layout zuordnen kann, das mit dem Namen des Layouts oder der Anzahl der Platzhalter übereinstimmt, sowie nicht über direktes Layout-Mapping zugewiesen werden kann, werden diese Folien auf das hier ausgewählte Layout migriert. Anschließend bestimmen Sie, ob eine Fußzeile angezeigt werden soll und falls ja, ob ein Datum und eine Seitennummer in der Fußzeile enthalten sein sollen. Wenn Sie die Option Leeres Layout vermeiden wählen, wird ein leeres Layout bei der Zuweisung übersprungen und nicht mitmigriert. Wenn Sie die Option Layout-Schutz wählen, werden beim Design-Check alle Elemente als Verstoß angezeigt, die auf einer Folie außerhalb der Platzhalter liegen. Voraussetzung hierfür ist, dass im Master auch Bereiche für den Layout-Schutz definiert wurden. Wenn Sie die Option Schriftarten einbetten wählen, werden die verwendeten Schriftarten registriert und eingebettet. Wenn Sie die Option Farbschema-Anpassung wählen, werden die Farben des Designs so angepasst, dass sich die Farbe von Objekten nicht oder nur geringfügig ändert, wenn die Farben im neuen Master eine andere Reihenfolge haben. Klicken Sie anschließend auf Anwenden, erscheint ein zweites Fenster, in dem Sie dem Master einem Design in Empower zuweisen können. Wenn Sie das alte Design überarbeiten bzw. aktualisieren wollen, ist es sinnvoll, das alte Master-Design in diesem Fenster auszuwählen. Falls jedoch ein komplett neues Design mit neuer Farbwelt erstellt werden soll, können Sie das über den Plus-Button tun. Dort können Sie dann den Namen für das neue Design festlegen und weitere Einstellungen für die Erstellung des neuen Designs treffen. Ich wähle hier das alte Design für den aktualisierten Master aus. Anschließend wird der Master mit einem Klick auf den Button Zuweisen in Empower gespeichert. Testen Sie gleich die Funktionen selbst aus und sparen Sie wertvolle Zeit. Falls Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.